Lass nur, Rudi läuft schon nicht weg. Ja, die scheiße mal auf die Burschüren hier. Ich weiß nicht, ob sie mich dazu überredet hat oder ob ich es ihr angeboten habe. Nach einigen Wochen werden die Tiere getötet und das Vordringen der Parasiten in die Lunge wird untersucht. Ach, schade, Frau Stockreiter. Ich habe Geld für Sie. Sind Sie es, Frau Wildner? Ja. Ist hier die Hausmeister? Ja, wieso? Ich brauche eine Auskunft. Kusch, Peter. Ja, braver. Geht nicht mehr so gut mit den Augen, oder? Sie brauchen keine Angst haben, Herr Tusten. Wie? Wie haben Sie denn das gemacht? Entschuldigung, die ich stört. Was ist denn zuerst? Ich suche eine Freundin. Sie heißt Rose. Wohnt hier nicht. Weiß ich, aber in ihrem Zimmer habe ich einen Zettel gefunden, das... Ist doch die Adresse hier. Ja, das ist unser Haus. Wie sieht Ihre Freundin denn aus? Mittelgroß, längeres dunkles Haar. Naja, habe ich nicht gesehen. Ich lege Ihnen das Geld schon mal rein. Stopp, Alter. Ja. Ich bin wirklich in Sorge, ob du schon mal gerade nicht nach Hause gekommen bist. Ich bin wirklich in Sorge, ob du schon mal gerade nicht nach Hause gekommen bist. Ich kenne Sie doch gar nicht. Das ist doch so wichtig. Jetzt könntest du doch einmal eine Ausnahme machen. Ach. Das Geld gibt Ihnen. Cool, ne? Tut mir leid, dass ich ihn nicht weiter wecken kann. Herr Grimaldi, aber der ist jetzt wahrscheinlich gar nicht zu Hause. Hallo? Herr Grimaldi, ich habe eine Frage. Kommen Sie doch rein.